Mittwoch, der 28. August 2019. Es ist 18.25 Uhr. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück mit Chris Fleischauer. Ja, da sind wir wieder live aus Saarbrücken. Schönen guten Abend und willkommen zu Lotto am Mittwoch. Der Sommer, der will es ja zum Ende nochmal so richtig wissen. Die Sonne, die strahlt fast überall im Land. Und wenn es für Sie gleich richtig gut läuft, dann können Sie mit der Sonne heute noch so richtig um die Wette strahlen. Denn Kugeln und Ziehungsgeräte, die sind natürlich wie immer im Vorfeld ordnungsgemäß überprüft. Es ist alles bereit. Wir können loslegen. Ich drücke die Daumen Ihnen allen jetzt. Viel Glück. Hier in Berlin und in Niedersachsen, da gibt es seit Samstag schon je einen Strahlemann oder vielleicht auch eine Strahlefrau. Denn nur dort wurden die sechs Richtigen auf dem Schein angekreuzt. Also die sechs Richtigen vom Samstag. Glückwunsch zu jeweils rund 810.000 Euro. Und mit dieser ersten Lottozahl geht es los. Mit der 17. Für den Jackpot hat es ja leider nicht gereicht, weil mal wieder die Superzahl nicht gepasst hat bei beiden. Somit geht es heute bei uns, Sie sehen es im Hintergrund, um mal wieder schon rund 8 Millionen Euro. Also der Jackpot wächst weiter an. Die nächste Lottozahl ist die 31. Dafür konnten aber, oder konnten recht viele Spieler bei Super 6 die Korken knallen lassen am vergangenen Samstag. Gleich sieben Spiele. Die dürfen sich natürlich, wenn dort alle Zahlen passen, über jeweils 100.000 Euro freuen. Wir sagen Glückwunsch. Und ich verrate Ihnen auch gleich noch, wo die herkommen. Nächste Lottozahl die 10. Wenn Sie nämlich Ihren Schein vielleicht vom Samstag noch nicht verglichen haben, dann machen Sie das schnell nochmal, weil vielleicht gehören Sie dazu. Die Gewinner kommen nämlich aus Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, aus dem Saarland und zweimal aus Nordrhein-Westfalen. Weiter geht's mit der 34. Und ein Spieler, der strahlt seit Samstag ganz besonders. Er, oder Sie vielleicht auch, kommt aus Brandenburg und hatte im Spiel 77 so richtig Glück und rund 1,2 Millionen Euro abgeräumt. Wir sagen Willkommen im Club der Millionäre. Die vorletzte, 22, Schnapszahl. Ja, und vielleicht treten Sie ja heute auch noch dem Club der Millionäre bei, wenn bei Ihnen jetzt vielleicht schon diese 5, die wir eben gezogen haben, passen und die 6. und letzte vielleicht jetzt ebenfalls noch passt. Da ist sie, die 14. Also, das sind sie, die 6 Richtigen. Nochmal auf einen Blick fehlt, wie immer an dieser Stelle natürlich, noch unsere heutige Superzahl. Und ob die bei Ihnen heute auch wirklich passt, das wissen wir in 15 Sekunden. Ich drücke nochmal die Daumen. Viel Glück. Insgesamt haben wir heute 17,4 Millionen Euro in unserer Ausspielung. Und ich kann es nur nochmal sagen, rund 8 Millionen Euro, die aktuell im Jackpot warten in der obersten Gewinnklasse für die 6 Richtigen von eben mit dieser Superzahl. Die 3. Ja, und damit stehen alle Gewinnzahlen fest. Und die gucken wir uns natürlich nochmals an. Die bringen wir nochmal schnell in die richtige Reihenfolge. Da können Sie nochmal mitschreiben. Da sind sie die Lottozahlen vom heutigen Mittwoch. 10, 14, 17, 22, 31, 34 und die Superzahl eben gesehen, die 3. Weiter geht's mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Zuehrung ermittelt. Und wie gewohnt starten wir natürlich mit der Gewinnzahl im Spiel 77. Da gewinnt 9, 1, 9, 4, 1, 0, 8. Und eine fehlt noch. Das ist die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. Da gewinnt heute 1, 0, 5, 1, 0, 4. Ja, das war's schon wieder hier von uns. Alle Gewinnzahlen und Quoten finden Sie wie gewohnt auf lotto.de. Und am Samstag um 19.25 Uhr geht's weiter. Dann bin ich pünktlich wieder für Sie hier. Bis dahin Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss, machen Sie's gut. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.